guten mario maker morgen wie angekündigt wir werden heute diese ähnlichen sachen weitermachen wir werden bestimmt nichts schaffen davon ich gehe nicht davon aus dass ich verschaffen werde weil das sehr viel zeit in anspruch nehmen wird aber wir werden uns auf jeden fall die level angucken die der gute username vergessen gemacht hat also schauen wir rein so right on 1 1 hatten wir schon also probieren wir mal 12 sehr beeindruckend wenn er daraus eine ganze reihe macht mit welten thematiken und so was das wäre schon witzig aber schauen wir mal schauen wir mal was phil mit doppel hier wundervolles gemacht hat ich bin gespannt natürlich ein pilz sehr lieb oh gott oh gott ist das großartig heilige scheiße was soll das machbar sein was ist großartig wie kann man mich mit diesem spiel eigentlich immer wieder faszinieren so genau gucken nein der oh shit heilige es ist eine grandiose idee und es funktioniert habe es ist ist ich bin beeindruckt ich bin beeindruckt dass ich hier nicht cutten werde einfach nur mit ihr euch das anguckt seht es euch an weißt es zu schätzen was hier gemacht wurde so diesmal behalte ich meinen pilz hintere bahnen nutzen sprung 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 checkpoint absolut großartig okay nicht so einfach hoch wartet das geht auch bestimmt hoho na was soll's wo man nicht schieten äh es geht weiter oh 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 das ist eine tür ist das wichtig wahrscheinlich was man verkackt hat gehen wir von außen und dann ah da kommt man wieder am anfang wenn man es halt verkackt hat okay das war gar nicht so schlimm bisher aber ich wette es kommt noch na da guckste so was kommt jetzt ah ist das clever ah ich hasse es so clever ist das wenn ich sagen hasse dann sind sie wirklich clever muss ich mir Sorgen machen muss ich mir Sorgen machen hmmm oh Gott ja ich muss mir Sorgen machen dich nehme ich mit bitte nochmal wiederkommt bitte schnell ja okay es ist gerade von sehr schnell zu sehr langsam geworden aber das ist okay oh da ist sie es ist muss unfassbar verrückt gewesen sein dieses timing hinzubekommen das muss man ja echt spielen damit um das rauszufinden das kann man ja nicht irgendwie faken oder sowas Wahnsinn ich habe das level geschafft ich bin gerade sehr stolz auf mich und das war ziemlich cool das war extrem cool verdammt war das cool so kommen wir zum nächsten das haben echt wenige gespielt warum spielen diese level so wenige sind großartig zumindest die beiden bisher ob das für sich irgendwas neues ausgedacht hat oder ob wir jetzt irgendwie sieht schon mal anders aus ok jetzt jetzt sprung 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 hat man was zum tun ok ok das ist das ist ein bisschen schneller das ist ok das ist vom timing her etwas extremer aber es ist cool dass er da diese beiden blöcke mit den münzen hingepackt hat einfach weil da hat man was zum tun während man wartet so doof es auch klingt so prüfen wir das nochmal hüpf 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 hier meine ich die beiden das ist so ja das bringt nichts das Mario Maker aber man hat was zu tun so immer am Ende immer am Ende 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 ducken ah brauche ich gar nicht sprung hoch 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 oh god ah nein nein ich bin überrascht ok wir sind wieder da wir sind wieder da wir sind wieder da komm 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 oh duck duck oh 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 god äh äh ah oh und jetzt wurden sie Plattform interessant da fehlt eine warum fehlt da eine oh das erklärt's checkpoint sehr gut gott ist das großartig liebe es ja damit darf ich ja Glückwunsch Glückwunsch an mich selbst so weiter geht's jetzt wird schwieriger jetzt wird schwieriger wupp aha aha oh ich hab Angst hab Angst sprung 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 ich glaub an mich ich glaub an mich ja wo kommt der denn her mh runter von meinen Achterbahn ding sie kein Pilz ok aha ah 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 das war's das war's ja 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 ach das ist wieder mh die sind so großartig ich muss unbedingt eine Playlist machen aber erst mal eine Playlist für Mario Maker Episoden wo ich zumindest selbst das Gefühl habe dass das sehr coole Level sind damit alle das sehen und mehr diese Level spielen spielt diese Level sie sind großartig verdammt nochmal das letzte das er gemacht hat und ist gar nicht so alt dann sehen wir uns an den dritten hm vor ein paar Tage ok das heißt vielleicht ist er noch aktiv am entwickeln das heißt wir müssen diesen guten Mann verfolgen ja auf jeden Fall meine Favoritenliste packen so was kommt jetzt ok es ist wieder Welly McValley wow what huh wie soll das denn funktionieren uuuu 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 ok ah ah oh Gott ok da hätte ich gar nicht springen müssen schauen wir uns mal kurz den Anfang an denn das wirkte irgendwie seltsam was soll ich denn da machen ok wir rennen wir warten aaaa ok das war sozusagen ein Trick wenn man so will alles klar so wir sind auf jeden Fall groß das könnte hilfreich sein ducken sprung landen ducken sprung sehr gut aaaa aha ja das gerne ist obwohl das schnell ist hab ich das Gefühl man hat noch genug Zeit zu reagieren es muss extrem schwer gewesen sein das Level daraus auszurichten dass man es schaffen kann also vor allem beim ersten Mal ok es geht da rückwärts oh nein auch clever wie er da auf jeden Fall dafür gesorgt hat mit den Pixeln dass man da nicht vorher hin kann absicht so haben wir es geschafft so schwer war es gar nicht oh 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 nein das ist in seinem Ernst oder oh muss ich die Münzen sammeln bestimmt muss ich die Münzen sammeln wie soll daten gehen wie soll daten gehen wie soll daten gehen so probieren wir es einfach nochmal komm ja Pils ich geh mal davon aus wir müssen die Münzen sammeln es wäre nett hätte er direkt am Anfang eine Münze schon mal hingelegt und man weiß ey jetzt kommen Münzen oh das wird nicht gut oh das wird nicht gut oh okay das ist ein Element das das alles beeindruckend schwieriger macht ich bin gespannt oh shit ich konnte nicht springen das war das Problem bei diesen Dingern dass manchmal wenn die ähm wenn man wie soll man das erklären wenn die in eine bestimmte Richtung fliegen und man lenkt dagegen kann es sein dass man so halb runterfällt aber nicht wirklich runterfällt oh shit ich hab mich alle angemacht das ist eine ganz doofe Idee gewesen oh nein ey ich hab die Münze ängerlich aber ich hab die Münze ähm aber ja das heißt es gibt so einen Moment wo man nicht runterfällt aber auch nicht springen kann das heißt sozusagen runterfällt und direkt wieder drauf fällt und blablabla seine Enddurchschleife hat bis es dann halt doch zu spät ist weil die Fahrtrichtung sich ändert so ach okay wir gucken oh Gott oh shit Mikrofon hör auf damit okay ich versuche da zu schneiden bis ich es geschafft habe ich hoffe ich schaff es irgendwann ich hab die Münze ich hab das ich komm weiter ja 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 nein 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 Münzenländer sein. Das macht es nicht einfacher. Das ist doch nicht wahr. Ich hab die Münze. Fünf Stück. Heilige Scheiße. Okay. Okay, wir kommen weiter. Wir kommen. Nein, du blödes Stück. Der Knochen. Wirklich. Mir fehlt die verdammte Münze. Mir fehlt ne Münze. Was ist hier drin? Ah! Da war es wohl so ein Special Super Mega Weg. Den dürft ihr raus. Den dürft ihr raus finden. Ich saß jetzt da zehn Minuten dran. Und jetzt ist das mir auch egal. Jetzt ist das mir auch egal. Von daher danke ich euch fürs Zusehen. Ich glaube, es war ein bisschen kürzer, weil wir sind recht gut durchgekommen. Es sei natürlich, die meisten Sachen schneide ich nicht. Außer die Sachen, die ich schneiden wollte. Ja. Danke auf jeden Fall. Wir sehen uns morgen wieder. Freitag. Freitag sehen wir uns. Yeah.